Kniebeuge! Geil! Kniebeuge in Canali. Wir stellen uns super breit, Brust raus, die Arme immer ein bisschen zur Brust, oder gerade nach vorne, und jetzt vorausschieben, schieben, 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 bis du auf und auf die Knie kommst, so stellst du dir sicher, dass deine Knie nach außen gehen, und dass der Drücken gerade ist, die Belastung auf den Fersen, und wieder hoch. Und schieben, 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 und Knie, wunderbar, und noch mal, raus, 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 schön, und wieder hoch. Wenn das zu leicht wird, nimmst du einfach ein Gewicht, nimm dir in die Hand, vielleicht kurz nach vorne, oder schöne Flasche, oder Kiste dir, nach vorne, und abwärts, und wieder hoch, wunderbar, hau rein.